Richtige Treppen, weil die nicht mehr springen müssen. Langweilig. Toll, 13. Warum brauchen wir eigentlich für eine Eisenschere? Warum willst du keine Steinschere? Hast du schon mal versucht, in Real Life eine Steinschere zu nehmen? Ich glaube, ganz früher war es mal so, da gab es das. Ich habe Pumpkin Seeds gekriegt. Das zählen wir davon auch nicht genug, oder? Was nehmen wir denn jetzt da unten bei Pick One eigentlich? Cold? Can of Food? Oder Reward Bag? Reward Bag. Ich würde dieses Gold vorziehen. Dieses 107, weiß ich nicht, weil das sieht so komisch aus und ich denke, das brauchen wir noch. Ja, nimm das. Wenn du das vorziehen würdest, dann mach das. Und wir haben Gravel gekriegt. Hallo Ria, willkommen in den 7 auf dem Mond Wahnsinn. Ja, hi, hallo Ria. Hallo. Hallo. Sie hat es doch noch geschafft, yay. Yay. Wooo, Freude. Yo, welcome. Das Schild hier ist irritierend und das ist grün-leuchtig, wenn ich da vorbeikomme. First you for more. Water Bucket. Wir brauchen doch ein Bucket. Ja. Ja. Du wolltest Gravel haben, ne? Wieso, hast du welchen? Ja, 20 Stück. Ja, dann kannst du auch das Quest abgeben, aber ich kann es auch abgeben, mir ist egal. Quest wo, was, wie? Ach, ich weiß nicht mehr welches das war. Keine Ahnung. Wann wär... Block of Gold sollen wir auch noch abgeben. Na, geb ich mal den Block of Gold erstmal ab. Wo war denn das Gravel jetzt? Nein, Quest 3, ich hab keine Ahnung mehr. Den linken oder den rechten Reward Bag? Weiß ich nicht. Links. Links? Okay. Ein basic Reward Bag. Ich hab auch Meteor übrigens gekriegt. Oh. Das ist schon abgegeben, wie das eine... Ja, das ist schon abgegeben. Wirklich, Nina? Warum blinkt das denn? Wirklich, Nina? S? Born Creeper. I. S? Was? Aus dem Reward Bag. Ja, gut. Ach, schon. Okay. Im Rechten wär bestimmt ein Stein oder so gewesen. Da ist bestimmt was richtig geiles drin gewesen. Nee, 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 nee. Jetzt kann ich mal wofür ich den Gravel brauchte. Ich hab eh das wahrscheinlich falsch gelesen. Ja. Ah, ist wieder da. Bring mich mal up to date. Was ist die Rasanten... Rasanten... Was? Rattentaten wollen heute getrieben. Was, was hab ich getrieben? Wie? Was? Er hat das geschrieben? Meisterin des grünen Kastens? Was macht, was hat Rhea? Rhea was? Hä? Ich, ich weiß auch nicht was er will. So. Konnte ignorieren. Genau, ich hab's gar nicht gelesen. Nein, nein. Genau, er hat gesiebt. Er hat doch den ganzen Tag gesiebt. Ich hab eigentlich nix anderes gemacht, ne? Ja. Sehr schön im Schiff. Mindestens, wenn auch nicht sieben mal acht, kann auch sein. Was, worum geht's? Mal sieben. Hallo Enterprise, ich grüße dich, dir auch ein großes neues. Achso, das war ja schon das Kleidste. Läuft. So, 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 so. Ich bin ne Spinner. Was ist? Es hat geladen. Also fast. Also du kannst ja fast sieben kommen. Ja genau, jetzt muss es sich nur wieder öffnen. 196 mal sieben, ich hab mehr gesiebt als 196 mal. Ich glaub es ist grad dunkel, ich hör den Spinner. Der ist, äh, gegen. Also. Behalts. Was? Auf Gold suche? Nee, nee. Eisen. Wir suchen Eisen, Gold, wollen wir gar nicht dran denken. Hey, die haben ja grüne Augen. Wer? Ich spinne. Ein bisschen, ja. Verhalts bitte. Hast du es ja unschuldig jetzt angebaut oder was hast du jetzt gemacht da unten? Nein, ich warte auf Eisen. Fertig? Mit Eisen brauchst du denn? Nein. Nehmen wir nicht in der Kiste oder hast du dich schon gebraucht? Ach ne, ich bin ja hier. Entschuldigung, ich hab nix gesagt. Wo das gedetos wäre ich? Ne, ich nicht. Ach so, der Ape, ja. Also sein Anbieter, also. Ja. Was machst du jetzt mit dem Eisen? Was baust du? Ich baue eine Schere. Damit wir die Leaves. Wir haben schon eine Schere. Gut, dann haben wir zwei Scheren. Gut. Das hab ich ja schon. Das war nur kein Baum da, wo ich die Leaves mit abschneiden konnte. Ah, mit zwei Scheren. Alles gut. Stört ja nicht, wir haben ja genug Eisen, weißt du? Ja, ja, also. Auf jeden Fall. Ja. Hey, Ricks the Freak. Ja, der Wasserwun spielt mal in Minecraft. Das stimmt. Sowas passiert schon mal. Und wieder. Wieder und wieder, überhaupt mach ich das. Eigentlich siebe ich nur die ganze Zeit. Ja, ich wollte grad sagen, wer spielt nicht, der siebt. Wenn er nicht gestorben ist, dann siebt der Oma heute. Das hab ich auch schon. So. Na klar ist wieder alles nach unten gefallen. Ich siebe, ich siebe die ganze Nacht. Boah, ich will ne Treppe! Mach der doch eine. Nein. Ist doch lustig, dass sie in den Namen immer hoch und runter hüpfen. So, 45 Augenliefs haben wir jetzt. Und die wills jetzt äh... Ja, der hat ein superschickes T-Shirt an. Gemalt von der Ria. Ich kann das nochmal kurz hier so... Superschick. Ich sollte nur noch so spielen. Dann seh ich zwar nix mehr, aber macht ja nix. Bis ab. Okay. Kann man sogar käuflich erwerben, hab ich gehört. Ne Nina? Hast du auch gehört, ne? Jaaaa. Hab ich mitbekommen. So. Soll doch Leute geben, die haben ne Tasse davon. Ne Nina? Ja. Die Tasse hab ich schon. Die sind richtig zum Geburtstag. Die Tasse hab ich nicht meins. Die muss ich mir auch machen. Okay, kommt nicht gut. Wenn ich den Block da abbaue. Dann, dann, dann stellen wir den da wieder hin und tun so, als wenn nix passiert wäre. Was? Ich hab nix gesehen. Was würdest du machen? Wenn Arasa die Facecam nicht hätte, würde ich davon einen, was? Versteh ich am Wort. Und irgendein. Ahlala. Was ist mit meiner Facecam? Meine Facecam ist super. Ich bin weg und zerstört beim 7. Ah. So. Jetzt kriegen wir 3 mal so schnell dort. Ist die Nen jetzt da oder noch nicht? Nein. Minecraft hat gemeint, jetzt muss ich nochmal komplett schließen. Das ist ja auch toll. Jeden Tag ein Stück Ahnung. Äh. Ach, ein Gif. Vom 7 willst du ein Gif machen, achso. Soll ich meine Facecam eben ausblenden, damit du ein Gif machen kannst? Ein 7 Gif. Ach ja. Stimmt. Die Ria hat schonmal ein Gif von mir gemacht. Und jetzt die Maus so kleben, dass Vom auch jonglieren kann. Was? Dazu müsst ihr erstmal jonglieren können, oder? Ich kann jonglieren. Nicht schlecht. Nina. Ich auch. Nina? Erde. Nina hört mich nicht. Er hört was? Was? Nina hört mich nicht. Ich kann im Übrigen auch jonglieren. Ich weiß es ja nicht. Ich habe einen Diamanten gefunden. Ach nee, warte mal. Das ist ja viel größer, ne? Das ist ja nicht... Was ist viel größer? Neun. Neun Felder brauchen wir. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben. Wie viel Wasser wir schon haben, ne? Neun. Voll ekelhaft. Echt mal Wasser. Wer braucht schon Wasser? Echt ey. Also bitte. Das. 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 Ich sollte nicht direkt die Kohlen nehmen. Ich nehme Sharkol. Okay. Für Sharkol braucht man doch nicht Zweifel um acht Dinger einzuschmelzen? Nein. Nein. Keine, soweit ich weiß. Okay. Ich bin gleich so dreist, ich mache mir ne Eisenspitzehacke. Nein, bist du wahnsinnig. Kannst du nur. Ich mache ne Tierenspitzehacke. Indem ich drei Eisen nebeneinander lege und zwei Steaks runter packe. Zwei Steaks? Geil. Steaks. 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 Genau. Wir verwirren Sturi. Carvel Gift? Das muss ich mir jetzt auch mal kurz angucken. Das willst du nicht sehen. Ich muss jetzt auch gucken. Was habe ich denn da gemacht? Sehr gut. Ach, das war ja das, genau. Sehr gut. Das war ja das. Das war super. Ich retuite das einfach mal. Ich habe auch extra dazu gesagt, mach daraus ein GIF. Das war doch irgendwie so, was war das? Naja, ich weiß noch. Sehr gut. Das ist super das GIF. Das gefällt mir. Das ist doch super. Essen. Da. Was essen? Ich wollte eins haben. Ich habe es extra gemacht, damit man einen schönen GIF raus machen kann. Draußen ist Nacht ne? Auch da läuft ja alles mögliche rum. Zombies und so. Creeperchen. Hallo Creeperchen. Aliens. Aliens habe ich noch nicht gesehen. Ja, ich habe keine Ahnung. Im Prinzip sind alles Aliens, weil wir sind ja alle hier nicht auf der Erde. Von daher Außerirdische. Von daher Aliens. So kann man jetzt auch sehen. Warum haben die Zombies da so einen Helm auf? Weil er mit so Luft kriegt. Zombies brauchen Luft? Warum? Erstecken die sonst? Ich weiß. Was fragst du mich denn? Was sterben sie? Geh doch bei ihr und frag nach. Ja. Was ist denn hier gefunden? Tyrian. Was ist denn Tyrian? Das ist das, wo unser Schiff auch raus ist. Ist auch aus Tyrian. Das gehört wahrscheinlich zu unserem Schiff. Denke ich mal. Ich habe glaube ich gerade unser Schiff von unten angegraben. Macht ja nichts. Nina, wie weit bist du? Eigentlich so bla 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 au 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 au. Ich höre Minecraft Sound und das ist laut. Das ist au. Au. Aus. Hui. Nee. Jetzt guckst du so. Dori. Nix. Ich mag das nicht, wenn du so guckst. Ich habe nichts gemacht. Dann gibt es ja noch keine Treppe. Für den Mond seid ihr die Aliens. Ja, so ist es. Es gibt eine Maschine mit der kann man eine Sauerstoffblase machen, in der man nichts verbraucht. Ja, aber das kostet ganz schön Leaps und hast du nicht gesehen. You are not whitelisted on this server. Äh, 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 äh. Äh, was? Hm? Ich nix schuld. Ja, ich auch nicht. Wo ist eigentlich dieses komische, grüne Buch da? Äh, Nina120021. Irgendwie wusste ich das. Raza, weißt du was ich noch nicht gemacht habe? Ja stimmt, ich könnte mal sieben, das habe ich echt noch nicht gemacht, ey. Du willst was? Du willst dieben? Stimmt, Ria. Das wäre doch mal ne Idee, Mensch. Ja, der hätte ich jetzt für Bock drauf, ey. Ja, ne? Ja. Äh, oh, wieso ist das hier noch nicht abgegeben? Na, noch nicht.